Mhm, soweit sieht alles gut aus. Aber trotzdem besteht die Möglichkeit einer kurzfristigen Amnesie. Das heißt, dass sie für den Moment vielleicht Erinnerungslücken hat. Nur, dass Sie vorbereitet sind. Okay. Danke. La, 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 la. Oh, mein Kopf. Martina. Oh, mein Kopf. Uff. Wo bin ich? Im Krankenhaus. Du hattest einen Unfall. Wir waren in der Rollstuhldisco. Gibt es dir gut? Pff, muss, ne? Gibt du so? Also, der Ass hat gesagt, dass du dich vielleicht nicht gleich an alles erinnern kannst. Hä? Das ist doch Unsinn. Das ist doch völliger Unsinn. Natürlich erinnere ich mich. Ma? Mo? Mo? Dann noch. Ja. Ja. Ich mach da nur Spaß. Könnt ihr das glauben? Ich hab noch mehr hier denkt. Ich hab seinen Namen vergessen. Björn. Ben. Ben. Richtig. Ben, Björn, Björn, Ben. Beides mit B und N. Bin, 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 bin. Ein mal eins ist zwei. Ist wirklich alles okay? Mhm. Mhm. Der Doktor hat doch gesagt. Herr Doktor, Herr Doktor, hilf, ich bin noch ein Single. Ach, du bist mir vielleicht einer. Du. Mit der Jeans. Du, wir treffen uns auch immer an den komischsten Orten. Verrückt. Ja. Bin ich müde. Freunde, seid denn die nicht böse? Ich muss los. Termine, Termine. Aber war schön, euch alle wiederzusehen. Wir müssen uns unbedingt mal treffen. Ihr seid eine coole Truppe. Kaffee trinken wir dazu. Tschaui. Ah, mein Handy. Mein Handy. Wo ist mein Handy? Wer seid ihr? Sorry. Big business. Oh.